Vom goldenen Vogel Ein König hatte einen Garten. In dem Garten stand ein Baum, und der Baum trug goldene Äpfel. Als diese reif geworden waren, fehlte gleich nach der ersten Nacht ein Apfel. Darüber wurde der König zornig und befahl seinem Gärtner, jede Nacht unter dem Baum zu wachen. Der Gärtner aber ließ seinen ältesten Sohn Wache halten, doch um zwölf Uhr nachts schlief er ein. Am anderen Morgen fehlte schon wieder ein Apfel. Nun ließ der Gärtner in der folgenden Nacht seinen zweiten Sohn wachen. Doch um Mitternacht schlief auch er ein, und morgens fehlte wieder ein Apfel. Da wollte der dritte Sohn die Wache halten. Erst wollte der Gärtner nichts davon wissen, doch dann gab er nach und ließ den dritten Sohn unter dem Baum wachen. Der wurde nicht müde, und als es Mitternacht vom Turm schlug, rauschte es durch die Luft, und ein Vogel setzte sich in die Krone des Baumes. Der Vogel war aus purem Gold. Gerade als er mit seinem Schnabel nach einem Apfel picken wollte, schoss der Gärtners Sohn einen Pfeil auf ihn ab. Doch der Pfeil tat dem Vogel kein Leid an, sondern schoss ihm nur eine goldene Feder aus. Schnell flog der Vogel davon. Am Morgen wurde die Feder zum König gebracht, der alsbald seinen Rat um sich versammelte. Jeder der Räte erklärte, diese Feder allein sei mehr wert als das ganze Königreich. Der König sagte darauf, die Feder nützt mir nichts, den ganzen Vogel muss ich haben. Da machte sich der älteste Sohn auf, um den goldenen Vogel zu finden. Als er eine Strecke zurückgelegt hatte, kam er an einen Wald. Vor dem Wald saß ein Fuchs, und der Sohn nahm seine Flinte und zielte auf den Rotpelz. Schieß mich nicht, begann der Fuchs zu sprechen, ich kann dir einen guten Rat geben, weil ich weiß, wohin du wandern musst. Du suchst den goldenen Vogel. Wenn du heute Abend in ein Dorf kommst, wirst du zwei Wirtshäuser sehen. In einem geht's heiter und lustig zu. Geh dort nicht hinein, sondern tritt in das Gegenüberliegende, mag es auch schlecht darin aussehen. Der Sohn dachte, was kann mir ein Tier raten, nahm die Flinte und drückte ab. Doch er verfehlte den Fuchs, der jetzt schnell in den Wald lief. Der älteste Sohn setzte seine Reise fort und kam abends in das Dorf, in dem die beiden Wirtshäuser standen. In dem einen wurde gesungen und gesprungen, und in dem anderen sah es düster und trüb aus. Ei, ich wäre ja ein rechter Narr, wenn ich in das schmutzige Wirtshaus ginge und das Schöne außer Acht ließe, dachte er sich und ging in das bessere Wirtshaus zur Tür hinein, lebte in Saus und Braus und vergaß den Vogel und seine Heimat. Die Zeit verging, und als der älteste Sohn nicht heimkehrte, machte sich der zweite auf. Er erlebte das Gleiche wie der älteste, und als er vor den beiden Wirtshäusern stand, sah er seinen Bruder aus dem Besseren hinausschauen und ihm zuwinken. Er ging auch hinein und ließ sich dort wohlgehen. Wieder war sehr viel Zeit verstrichen, da wollte der jüngste Sohn auch in die Welt hinaus. Doch der Vater wollte es erst nicht zulassen, denn er liebte den Jüngsten sehr und fürchtete, es möge auch ihm ein Unglück zustoßen. Endlich, als der jüngste Sohn keine Ruhe mehr gab, ließ er ihn ziehen. Vor dem Wald traf der Jüngste auch den Fuchs, der ihn ansprach und ihm den gleichen guten Rat erteilte, den er schon seinen Brüdern gegeben hatte. Der dritte Sohn war aber gutmütig und trachtete dem Fuchs nicht nach dem Leben. Da sprach der Fuchs zu ihm, Steig hinten auf meinen Schwanz, dann kommst du schneller voran. Kaum saß er drauf, da begann der Fuchs zu laufen. Über Stock und Stein ging es ihm hui, dass dem jüngsten Sohn die Haare nur so flogen. Als sie vor dem Dorf waren, stieg er ab, befolgte die Ratschläge des Fuchses und trat, ohne sich weiter umzusehen, in das armselige Wirtshaus ein, in dem er in aller Ruhe übernachtete. Am anderen Morgen stand der Fuchs wieder auf dem Weg und sagte, geh nur weiter, bald wirst du an ein Schloss kommen, vor dem ein Regiment Soldaten legt. Sie werden alle schlafen und schnarchen. Kümmere dich aber nicht um sie, sondern geh ins Schloss hinein. In einer Stube wird der goldene Vogel in einem hölzernen Käfig hängen. Daneben steht noch ein Käfig. Der ist viel prächtiger und glänzt golden und silbern. Setze aber den Vogel nicht in diesen kostbaren Käfig, weil dir der schlechtere nicht gefällt. Dann würde es dir schlimm ergehen. Nach diesen Worten streckte der Fuchs wieder seinen Schwanz aus und der Sohn setzte sich drauf. Wieder ging es über Stock und Stein und die Haare wehten im Winde. Vor dem Schloss traf er alles so an, wie es ihm der Fuchs gesagt hatte. Er betrat das Zimmer und sah den goldenen Vogel im hölzernen Käfig sitzen. Daneben stand der goldene Käfig und drei goldene Äpfel lagen in der Stube herum. Da dachte er, das wäre ja lächerlich, wenn ich den schönen Vogel in dem hässlichen Holzkäfig lassen würde, machte die Tür auf, packte den Vogel und tat ihn in den goldenen Käfig. Plötzlich begann der Vogel mörderisch zu schreien, dass alle Soldaten davon erwachten. Sie nahmen den Sohn gefangen und führten ihn vor den König. Am nächsten Tag wurde er vor ein Gericht gestellt. Er bekannte alle seine Taten und hörte sein Todesurteil. Unter einer Bedingung sollte ihm das Leben geschenkt werden. Er musste dem König das goldene Pferd bringen, das so schnell wie der Wind lief. Dazu sollte ihm der goldene Vogel geschenkt werden, wenn er das Pferd brächte. Betrübt machte er sich auf den Weg und seufzte. Auf einmal stand der Fuchs wieder vor ihm und sagte, siehst du, so ist es gekommen, weil du nicht auf mich gehört hast. Doch ich will dir auch noch raten, wie du das goldene Pferd bekommen kannst, wenn du mir nun folgen willst. Du musst diesen Weg immer geradeaus weitergehen, bis du zu dem Schloss kommst, in dessen Stall das Pferd steht. Vor dem Stall werden die Pferdeknechte schlafen und schnarchen. Du kannst aber ruhig das goldene Pferd herausführen. Doch leg ihm nur den schlechten Sattel auf, den aus Holz und Leder und lass den goldenen am Haken hängen. Als der Fuchs gesprochen hatte, setzte sich der Sohn wieder auf seinen Schwanz und fort ging es, bis sie am Schloss waren. Alles traf so ein, wie es der Fuchs gesagt hatte. Die Stallknichte schnarchten und hielten goldene Sättel in den Händen. Als er das goldene Pferd sah, bedauerte er, ihm den schlechten Sattel auflegen zu müssen. Er sagte sich, wenn ich dem goldenen Pferd den hässlichen Sattel auflege, wird es ganz verschandelt. Und wie er einem Stallknecht den schönen Sattel fortnehmen wollte, wachte er auf und die anderen mit ihm. Alle liefen herbei und sie ergriffen ihn und warfen ihn ins Gefängnis. Er wurde zum Tode verurteilt. Doch sollte ihm das Leben, dazu der Vogel und das Pferd, geschenkt werden, wenn er die wunderschöne Prinzessin herbeischaffte. Traurig ging der Sohn weiter und bald stand der Fuchs wieder vor ihm. Warum hast du nicht auf mich gehört? Jetzt hättest du den Vogel und das Pferd. Doch ich will dir noch einmal raten, geh immer gerade die Straße entlang. Abends wirst du beim Schloss anlangen. Nachts um zwölf Uhr badet die Prinzessin im Badhaus. Da geh hinein, gib ihr einen Kuss und nimm sie mit dir fort. Dulde aber nicht, dass sie sich vorher von ihren Eltern verabschiedet. Der Fuchs streckte seinen Schwanz und wieder ging es über Stock und Stein, dass die Haare flogen. Beim Schloss angekommen fand der Sohn alles so vor, wie es der Fuchs gesagt hatte. Nachts gab er der Prinzessin den Kuss im Badehaus und sie wollte auch gern mit ihm gehen, doch sie bat ihn unter vielen Tränen, er solle ihr nur erlauben, dass sie ihrem Vater Liebewohl sage. Erst schlug er es ab, als sie aber immer mehr weinte, erlaubte er es ihr. Kaum sprach sie mit ihrem Vater, wachten alle im Schloss auf und der Sohn wurde wieder gefangen gesetzt. Der König sagte zu ihm, meine Tochter bekommst du nicht, es sei denn, du trägst mir binnen acht Tagen den Berg ab, der mir von meinem Fenster die Aussicht nimmt. Dieser Berg war jedoch so groß, dass ihn alle Menschen auf der Erde nicht hätten abtragen können. Sieben Tage hatte der Sohn nun schon gearbeitet, aber nur wenig geschafft. Darüber wurde er ganz traurig. Doch am Abend des siebenden Tages kam der Fuchs und sprach, leg dich schlafen, ich will die Arbeit für dich tun. Als der Sohn am anderen Morgen erwachte, war der Berg abgetragen. Fröhlich ging er zum König und sagte ihm, dass der Berg nicht mehr da sei, er solle ihm jetzt die Prinzessin geben. Dem König blieb nun nichts anderes übrig und der Sohn zog mit der Prinzessin fort. Da kam der Fuchs und meinte, wir müssen alle drei haben, die Prinzessin, das Pferd und den Vogel. Ja, wenn du das einrichten könntest, sagte der Jüngling, es wird dir aber nur schwer gelingen. Wenn du gehorchen willst, will ich schon schaffen, antwortete der Fuchs. Kommst du jetzt zum König, der die wunderschöne Prinzessin verlangt, sag ihm, hier sei sie. Groß wird seine Freude sein. Dann setze dich aufs Pferd, das er dir geben muss, und reich zum Abschied allen die Hand. Der Prinzessin aber zum Schluss und ziehe sie dabei mit einem Schwung aufs Pferd, dem du nun kräftig die Sporen gibst. Alles geschah so, wie es der Fuchs von dem König verlangt hatte. Nun sprach der Fuchs weiter, wenn wir vor das Schloss kommen, in dem der Vogel ist, bleibe ich mit der Prinzessin vor dem Tor stehen. Du reitest hinein und sprichst, hier ist das Pferd, das ihr verlangt. Dann werden sie dir den Vogel bringen. Du aber bleibst auf dem Pferd sitzen und sagst, du wolltest erst sehen, ob es auch der richtige Vogel sei. Hast du ihn erst in der Hand, jagst du eilig davon. Alles ging gut, und als er den Vogel hatte, setzte sich die Prinzessin wieder vor ihm aufs Pferd, und sie ritten weiter, bis sie in einen großen Wald kamen. Da bat der Fuchs, der Jüngling möge ihn doch totschlagen und ihm Kopf und Pfoten abhauen. Doch der Jüngling wollte es durchaus nicht tun. So will ich dir wenigstens einen Rat geben, kauf kein Galgenfleisch und setz dich an keinen Brunnenrand, sprach der Fuchs. Nun, wenn's weiter nichts ist, dachte der Jüngling, das ist nicht schwer. Er zog nun mit der Prinzessin weiter, bis in das Dorf, in dem seine Brüder geblieben waren. Dort gab es einen großen Auflauf und viel Lärmen. Auf seine Frage, was das für ein Geschrei sei, bekam er zur Antwort, es sollten zwei Leute aufgehängt werden. Er trat näher heran und sah, dass seine Brüder die Verurteilten waren. Sie hatten schlimme Streiche ausgeheckt und alles vertan. Gibt es kein Mittel, um sie zu retten, fragte er. Nein, hieß es, es sei denn, ihr wolltet euer Geld hergeben und damit die Lumpen loskaufen. Er besann sich nicht lange und zahlte, was man verlangte. Seine Brüder wurden daraufhin freigegeben und er setzte mit ihnen die Reise fort. Als sie in den Wald kamen, in dem ihnen der Fuchs zuerst begegnet war, sprachen die Brüder, lass uns hier bei dem Brunnen ein wenig ausruhen, essen und trinken. Er willigte ein und vergaß beim Erzählen, dass er sich nicht auf einen Brunnenrand setzen sollte. Kaum hatte er sich dort niedergelassen, warfen die beiden ihn hinterrücks hinein, nahmen die Prinzessin, das Pferd und den Vogel und zogen heim zum König. Das haben wir alles erbeutet, sprachen sie zu ihm und bringen es dir. Da herrschte erst große Freude am Hofe, doch das Pferd fraß nicht, der Vogel pfiff nicht und die Prinzessin weinte. Der jüngste Gärtnersohn lag indes unten im Brunnen, der zum Glück trocken war. Er hatte wie durch ein Wunder kein Bein gebrochen, doch er sah keine Möglichkeit, um heraus zu gelangen. Da kam der Fuchs noch einmal, schallt ihn aus, weil er ihm nicht gehorcht hatte und sagte zum Schluss, ich kann's nicht lassen, ich muss dir helfen, halt dich an meinem Schwanz fest, ich will dich nach oben ziehen. Das gelang ihm auch und als sie oben waren, warnte ihn der Fuchs, deine Brüder haben Wächter aufgestellt, die dich töten sollen, sobald du die Grenze überschreitest. Da zog der dritte Sohn die Kleider eines Armen an und kam unerkannt an den Hof des Königs. Er hatte gerade das Tor beschritten, da fraß das Pferd, der Vogel pfiff und die Prinzessin hörte auf zu weinen. Er trat vor den König und offenbarte ihm das Schelmenstück seiner Brüder und erzählte, wie sich alles zugetragen hatte. Die Brüder wurden ergriffen und hingerichtet und er bekam die Prinzessin zur Frau und nach dem Tode des Königs auch dessen Reich. Lange danach ging er wieder einmal in den Wald und begegnete dem alten Fuchs. Flehentlich bat dieser ihn, er solle ihn totschießen und ihm Kopf und Pfoten abschneiden. Jetzt tat er es endlich und kaum war es geschehen, da verwandelte sich der Fuchs in einen Menschen und war der Bruder der Königin, der nun endlich von einem bösen Zauber erlöst worden war. Und da war er noch nicht. Sie haben ihn ja nicht. Und da war er noch nicht. Und da war er noch nicht. Aber er hat sich, dass er sich nicht das in den Fuchs in den Fuchs in den Fuchs